Das wird ja noch richtig lustig hier! Hallo! Hallo! Hey! Schieb mich nicht einfach auf Seite! Kann ich jetzt... Oh Gott, oh Gott! Oh Mann! Komm schon! Jetzt riecht doch nicht hier so... Oh mein Gott! Was seid ihr denn so aufmerksam, ihr Idioten! Dreh dich doch mal um! Nicht werfen! Bitte! Lass mich hier raus! So eine... Aua! Ich habe doch noch gar nichts zum Campen! Oh Mann! Ich habe euch so vermisst! Komm schon! Aber wir müssen doch jetzt mal... irgendwas müssen wir mal zum ja ich weiß wo ich bin aber ich brauche eine waffe ohne waffe geht hier gar nichts und die bekomme ich woher da legt doch jetzt mal ab den quatsch wir können ja hier oben sowieso nicht 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 gucken so link hör mir gut zu wenn du die leiter aufklärt hast erwartet dich da oben der unheult der dieses suchscheinwerfer bedient wenn du ihm bezwingt hältst du damit vielleicht die scheinwerfer an dummerweise bist du unbewaffnet außer deinem schild hast du nichts um ihn zu stellen also an deiner stelle würde ich mit meinem schild den angriff des schurken abwehren und wenn er seine waffe verliert diese schnell durchdrücken von a aufheben so vielleicht und nein ich hätte ihn noch treffen können komm schon schnell aber nein ich wollte schlagen nicht werfen komm her komm ich kann mit schwerter bessern umgehen als mit solchen als mit solchen komischen stöcken ein glück amulett auch irgendwo naja jetzt hast du ja keine waffentasche mehr als solches hihihi so ok das heißt jetzt muss ich hier wieder runter dann gehen wir jetzt mal weiter und er lässt die waffe direkt fallen warum auch nicht so komm hau drauf jawohl so zweite Scheinwerfer kein Suchscheinwerfer mehr hier oben so der ist oben der ist auch oben das war auch der gewesen der der mir Probleme gemacht hat das heißt ich gehe jetzt einfach wieder den Weg von eben weiter beziehungsweise könnte ich ja sogar unten jetzt bei dem Tor wieder aber das ist noch zu ach das habe ich noch hä Moment doch jetzt bin ich verwirrt direkt mal mitten ins Gesicht oh nein wo ist er denn jetzt ok dann haben wir jetzt alle dann können wir jetzt ja wieder in die andere Richtung blöd halt jetzt nur dass wir jetzt da nicht mehr hoch können ja und die ganzen Rubine da unten aber egal ist ja nicht so schlimm so so Wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir genau da drüber Jetzt sind wir genau hier So, wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann komme ich hier auch ganz schnell wieder hin Wir müssen uns jetzt halt nur noch hier noch durchschmuggeln Boah, Gott Ah, diese scheiß Mäuse Hm Na also Geht doch Da liegt das Schwert Da liegt unser Schwert Da hat es ein bisschen durchgefunkelt Ah, doch, brauche ich ja Sonst kekert der mich ja wieder ein Ja Typ Bitte lauf jetzt nicht erst hier lang Na, können wir Oh, da fällt ihm irgendwas auf Oh Gott, mein Herz Dreh dich um Hat er gehört Oh nein Nein So Dann pressen wir uns hier mal an die Wand Und gehen dann mal hier hoch Na gut, egal Die Kiste da unten hätten wir noch rüberschieben können Aber Boah Boah Ja klar Und der Vogel sieht mich natürlich nicht, ne Ne Warum denn auch Warum sollte uns der denn sehen Hm, warum Mein Schwert Los Link hol's dir Oh Oh Ups Ja, ja, komm Das war aber knapp Sehr schön Blöd finde ich halt Blöd finde ich halt, dass man hier die Waffen nicht mit einsammeln kann So Oh Die haben wirklich alle spitze Ohren, mein Lieber Hm, das stimmt doch etwas nicht Oh Na Super Oh 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 nein Jetzt hat er seine Schwester schon gesehen Und jetzt war's das schon wieder Ist aber klar Oh 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020